Eben passierte Thilo ein Bus, welcher eine Werbung schriftet hatte. Neueschulen.de, raus mit der Sprache. Im wörtlichen Sinne heißt das ja Sprache raus. Nämlich Sprache in Wortwissenheit Wissen. Das Sprache ein Gefängnis dem Seelischen ist. Also Wortwissenheit ein. Sprache raus. Wortwissenheit ein. In Wortwissenheit denke ich, weiß Mensch, was das Wort deutet. Weiß Schöpferkraft vom Wort, weiß Schöpferkraft klar senden, klar einklingen. Dass Mensch in Worte klar leuchte. Schönes Einleuchten allen Wesen, welche den Sinn vom Wesentlichen verloren haben. Im Sprachgefängnis hängend, versinnt, im Allaischen. Tschüss.